Ich bin der Tobi, bin 20, komme aus Frankfurt. Ich besuche hier einen Kumpel in Berlin. Vielfalt bedeutet für mich, hingehen können, wo ich will, machen können, was ich will, ohne mich in meine Interessen einzuschränken. Und vor allem, dass ich auch einen Freundeskreis habe, wo manche vielleicht auch Juden sind, ich mich dafür nicht verstecken müsste oder eine andere Hautfarbe haben. Das ist schon ganz wichtig für mich, dass man Leute nicht ausgrenzt, nur weil die woanders herkommen oder anders aussehen. Das ist schon ganz wichtig für mich.